Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zu Alter, ihr und wir wieder mit dem Kanal zum Sonntag. Und heute stelle ich euch... Genau, die liebe Abby Amethyst heute mit vor. Und heute ohne große weitere Einleitung und auch Ende springen wir gleich in den Kanal rein. Mit der lieben Abby noch eine ziemliche junge YouTuberin, die sich aber auch schon in jungen Jahren mit dem Thema Krebs rumschlagen muss. Auch zu diesem Thema soll es hier auf ihrem Kanal mitgehen. Unter anderem auch mit vielen weiteren Themen, die wir uns dann auch gleich mal kurz anschauen werden. Aber kommen wir erstmal zu ihrem Kanal, was erstmal schön zu sehen ist. Sie hat ein Kanalprofil und auch einen Kanalbanner. Zum Kanalbanner würde ich nur sagen, vielleicht das mit der Schrift mal noch ein bisschen anders machen. Es war schön, wenn die Schrift, der Titel sehr groß drauf zu sehen ist. Aber das Abby, das A, hängt dann doch hinter dem Profilbild. Da würde ich das vielleicht noch ein bisschen schauen, dass Abby dann erst hier anfängt. Das ein bisschen kleiner ziehen, ein bisschen umgestalten. Dann wirkt das nämlich auch optisch schöner, als wenn dann das A hinter diesem Profilbild dann verschwindet. Es ist halt immer so eine Einstellungssache bei der Bearbeitung. Aber das kann man ja ein paar Mal ausprobieren und dann sich immer noch mal angucken und neu hochladen. Und dann sieht man ja dann, ab welchem Punkt man am besten dann die Schrift anfangen sollte. Und so ist die Abby mit 163 Abonnenten immer noch gut, schon gut dabei. Weiterhin haben wir natürlich auch eine Kanalübersicht, natürlich einen Kanaltrailer, den man jetzt hier nicht mehr gerade sieht, weil ich ihren Kanal abonniert habe. Dann können wir natürlich noch alle Videos hier mit sehen. Auch hier würde ich vorschlagen, da ich schon gesehen habe, da Abby halt auch Playlists mit hat. Liebe Abby, fügst du hier am besten Playlists mit ein. Das macht sich viel einfacher, da können die Leute gleich durchschauen, welche Thematiken hast du und so. Als jetzt statt nur jedes aktuelle Video, was hier aufgelistet wird, weil das sieht man dann auch so unter Videos, kann man nachschauen. Das braucht man vorne nicht, da finde ich Playlisten viel besser, weil dann hat man es gleich übersichtlicher. Auch hier zum Thema ähnliche Kanäle sind jetzt hier auch nur die, die YouTube selber vorstellt. Ist zwar sehr interessant, dass ich hier auch mit dabei bin, aber es liegt halt auch daran, dass wir beide, sagen wir mal, ähnlich der Kanal aufgebaut ist, dass wir halt über verschiedene Themen sprechen und Themen, die uns halt interessieren. Schätze ich mal, bin ich deshalb dabei, dass, wie gesagt, das entscheidet YouTube individuell. Daher finde ich es immer wieder gut, auch halt hier die Möglichkeit zu nutzen, selber Kanäle mit vorzustellen. Du, liebe Abby, hast ja bestimmt auch andere YouTuber, die du gerne guckst oder die du vielleicht mit weiterpromoten oder empfehlen möchtest. Daher würde ich dir auch vorschlagen, mach hier doch deine eigene Lieblingsliste mit deinen Lieblings-Tolue-Bern, die du hier mit vorstellen willst. Das ist viel besser, als wenn dir YouTube irgendwelche Kanäle vorgibt, mit denen du vielleicht selber noch nicht mal richtig was zu tun hast. Oder gar nicht zu deinem Thema passen. Dann gucken wir doch mal in den Videos rein. Da hat Abby ja schon eine ganze Spanne an Videos gemacht. Momentan lädt sie zweimal in der Woche Videos hoch. Sagt alles, was sie halt zum Thema bewegt. Das letzte, das war halt erst vor zwei Tagen. Sagt unterschiedlich gestaltet von den Thumbnails her. Denke ich mal, könnte man noch einen Tick vielleicht noch an den Thumbnails noch ein bisschen was arbeiten. Besonders im Schriftgrad, weil manche Schriften sind echt ziemlich schwach. Und wenn man die dann noch auf dem Handy oder sonst wo sieht, dann kann man sie recht kaum lesen, die vielleicht die Schrift noch ein bisschen mehr hervorheben. Ansonst die Bilder finde ich sehr schön gemacht mit. Aber denke mal, in den Thumbnails, da ist noch ein bisschen, da ist noch Spielraum, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Hier ist schon ein Beispiel jetzt gar nichts. Nur jetzt nur das Bild oder das, was YouTube vorgegeben hat. Ah ja, aber sonst, wie gesagt, sehr gut. Wir sehen halt unterschiedliche Töne. Device sind hier mit dabei, also Sachen, Kreativsachen, wie gesagt, Bereiche aus ihrem Leben, was sie vorstellt. Ein paar Musikparodien, ein paar Vlogs mit dabei. Also alles, was eigentlich die liebe Abby und ihr Leben mit ausmacht. Dann geht es auch gleich weiter zu Playlisten. Da sehen wir ja schon, sie hat unterschiedliche Playlisten angelegt. Zum Thema Essen haben wir, wir haben Text, wie man seine Haare gestaltet, Tellurin Spätel und, und, und. Und ich sage hier, all diese verschiedenen Playlists, die man jetzt schon gleich mit empfehlen kann, die könnte man vorne mit in der Übersicht mit einbauen. So, Kanäle, sieht man hier auch ihre ganzen Abos mit, was er selber abonniert hat. Finde ich immer ganz gut, wenn man da selber auch nochmal mit Einblick haben kann und schauen kann, was mein Lieblings-Youtuber, den ich gerne gucke, welche er noch so favorisiert. Und wie gesagt, die selber kann man sich hier welche raussuchen, die man halt gerne schaut oder regelmäßig schaut oder halt weiterempfehlen möchte und die halt hier mit an der Seite mit einbauen. Ja, dann springen wir noch kurz zur Kanal-Info. Kurze, knackige Kanal-Beschreibung. Finde ich so ganz okay. Auch steht da, Donnerstag und Montag, dass es da Videos gibt. Finde ich super. Im Social-Media-Bereich hat sie jetzt nur Standard, wer es jeder hat, Google+. Selber ist er da anscheinend jetzt ganze keine Facebook-Seite, kein Twitter und kein Instagram-Account. Braucht man ja auch nicht unbedingt. Aber wenn man jetzt schon beispielsweise seinen Kanal selber noch ein bisschen boosten will oder die Community weiter mit ausbauen will, finde ich nach meiner letzten Erfahrung auf jeden Fall Twitter sehr gut. Auch auf Facebook, wenn man eine Facebook-Seite haben möchte, braucht man natürlich nicht, weil es manchmal eigentlich eh wird dasselbe, wenn man da jetzt keine anderen Themen da reinschreiben kann. Und Instagram, wenn man höchstens mit dem Handy Bilder macht, finde ich noch ganz okay. Aber sonst Twitter würde ich vielleicht noch mit empfehlen. Wie gesagt, man braucht es nicht. Wenn sie mit ihrem YouTube-Kanal so gut klarkommt, dann reicht das natürlich auch vollkommen aus. Ja, meine Lieben, das war die liebe Abby. Ansonsten würde ich euch empfehlen, macht euch selber ein Bild von ihr. Schaut bei ihr vorbei, wenn es was für euch ist. Lasst ein Abo mit da, lasst ein paar liebe Kommentare mit da. Und für all die Menschen da draußen, die selber vielleicht mit Krebs zu tun haben, können sie vielleicht mit ihr zusammen die Erfahrung miteinander teilen. Ich denke mal, das hilft immer. Gerade in solchen Situationen fühlt man sich dann doch oft auch alleine. Und dann denke ich mal, wenn man da Gleichgesinnte findet, die ebenfalls mit diesem Thema umzugehen haben, dann ist das gut, weil da fühlt man sich auch selber viel stärker mit im Leben. Und für euch, meine Lieben, mit. Wie gesagt, nächsten Sonntag geht es wieder mit weiter mit zum Kanal zum Sonntag. Und daher noch eine kleine Info für jeden, der auch seinen Kanal vorgestellt haben möchte. Wird es demnächst so laufen. Ihr braucht jetzt keinen Kommentar mehr unter dem Video dazu schreiben, euren Kanal zu verlegen, sondern schreibt mir am besten einfach eine E-Mail, die ich euch hier gleich auch nochmal mit einblenden werde, an enrico.janet.gmail.com. Schreibt mir wieder euren Kanallink natürlich mit rein. Nicht zu vergessen, wie euer Kanal heißt und warum ihr gerne vorgestellt werden möchtet. Dann habe ich das nämlich viel besser im Überblick. Man muss nicht jedes Mal alle Videos durchscrollen. Und ihr habt dann auch ein bisschen weniger Arbeit. Ihr schreibt mir eine E-Mail, warum ihr euren Kanal vorgestellt werden habt. Ich nehme euch mit in meine Liste mit auf. Und dann schauen wir da, an welchen Tag ihr drankommt. Auch mit als kleine Info werde ich jetzt immer so machen. Ich werde immer einen Wechsel machen. Immer einen männlichen YouTuber und einen weiblichen YouTuber. Dass da auch ein bisschen so da mal ein bisschen Abwechslung drin ist. Auch von Themen her werde ich auch die Kanäle abwechslungsreich machen. Letztens hatten wir jetzt einen Let's Player. Deswegen habe ich jetzt heute keinen Let's Player drangenommen. Damit es nicht immer jeden Sonntag dasselbe dann ist. Weil wir haben ja unterschiedliche Themen auf YouTube. Und dass jedes Thema auch irgendwie mit vertreten wird. Also wisst ihr dann schon mal Bescheid. Nächsten Sonntag wird es einen männlichen YouTuber wieder mitgeben. Sind wir mal gespannt, wer es da diesmal mit sein wird. Ansonsten war es das von meiner Seite. Viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Gesagt, Ebis Kanal ausschenken. Links sind alle auch mit unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich daher fürs Zusehen. Hoffe es hat euch gefallen. Würde mich auch von meiner Seite auf einen Kommentar von euch freuen. Wie fandet ihr die Kanalvorstellung? Wie fandet ihr die Kanalanalyse? War es auch für euch etwas aufschlussreich? Konntet ihr was damit anfangen? Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntagabend. Lasst es euch für immer gut gehen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Montag geht es wieder weiter bei Alter, ihr und wir. Um ca. 18 Uhr wieder mit weiteren Videos. Das war Alter, ihr und wir mit euren Rico. Wir meine Lieben, das seid ihr. Und gemeinsam sind wir hier. Ich sage es, see you later, alligator. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter, ihr und wir. Und bis zum nächsten Mal wieder. Wir wissen, wie sind wir heute mit? Wir haben einen euch halt Vic K Deswegen, die FSL bass están mit Eure hat Ade. Ich sage es jetzt euch niemals. Ich sage es dir, wie du gibt.